Musik Hallo, wir sind Mikkel und Oliver und zeigen euch unsere Schule, die hast du gewöhnt. Die Schule befindet sich in Münz 2, in der Dr. Karl-Renner-Straße 33. Die Schule befindet sich in Münz 2, in der Dr. Karl-Renner-Straße 34. Die Schule befindet sich in Münz 2, in der Dr. Karl-Renner-Straße 34. Hier in der Küche probieren wir viele verschiedene Rezepte aus und die Kinder aus der Nachmittag-Vertreuerin essen auch hier. Hallo, ich heiße Mikkel. Das ist eine Tourzelle, wo wir alle Sport machen. Das ist unser schöner Schulgarten mit dem Trampolin und viele Spülgeräte. Das ist unsere Schilder-Straße. Das ist unsere Schilder-Straße. Das ist unsere Schilder-Straße. Ich schaffe mich, ich schaffe mich. Es ist gerade mal richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020